und wir fangen an breakpoint surikastel okinawa alles klar hallo no ammo ja das ist natürlich perfekt mit no ammo kann ich wirklich viel ausrichten da habt ihr recht meine freunde aber gut wir wollen jetzt sicherlich mal anfangen zu meckern so was haben wir denn hier schön dass da aufdrechseln oh browning hallo ah ja ja bla 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 so so wow so zack und zack und zack ey der warte zur helle man ok spagetti close ok hallo hallo get to the bunkers oh wow das muss ich mir sogar genauer anschauen hm 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 ne das sieht nicht gut aus nein nein ah alles klar ok ich bin dabei ja ich wieder ja ja ich bin der ich bin der josh josh ja das finde ich auch hallo alles klar bros and friends so und das war schon na gut ok ok naja moment wecker wecker then go out there hey wow 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 ja fuck scheiße die bandseinkrieger sind auch ein bisschen zu stehen ne echt man hat sich aufgefallen naja ich gehe ja schon muss wieder weg wegen so dann steht nix mein volk das lässt sich schön bleiben hm das ist ja nicht ganz offensichtlich ein stamm erfolgt thompson sehr schön m1 a1 was hey auf man ja geschafft boah das hört man aber lieber keine brille außerdem ein guter ich bleibe dann meiner thompson so ist nachgedacht sehr gut ja alles klar ok hey wollt ihr eine überraschung hier ja das hab ich so ein effekt wenn du einer bandsei sagt hey das ist jetzt nicht dein ernst die war da eine sekunde gelegen naja egal unfaire unfaire arschlöcher zeigt arsch äh willst du dich verarschen bist du irgendwie doof alter gehts noch pisse ich doch mal da guck dir das an naja nix da mein freund das lässt sich schön bleiben was zur hölle hey st haust du blöd ok alles klar weiter gehts ja 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 das ist nicht so ja oh boah knapp was ist das denn achso das symbole hallo alles klar meine freunde alles klar meine freunde ach da hinten als du es hessen weit wirft dann werde ich erstmal den meinst du die fresse und dem schick und so auf hallo hallo so weit so gut ja hm weg damit hier das gehört euch nicht mehr sag mal geht's noch so so weiter geht's ich habe mir eine chance gegeben was los ganz sicherlich mein freund und braun das ist klar so was haben wir denn da oben für freunde ja was zum geheimen das ist das ist aber mein gott man hört doch auf ich wollte verarschen hier na gut element der enemy crew ist auch wenn es sonst nix gibt ok ok also wenn hier schön ist ach eh witzig hey du schau mal wow wow das ist gechillt verstehn die schönen anderen beide da geht's weg ich fiste bitte boom 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 komm wir hier gefisst beim von euch anders weiße weg mit dir so stimmt es einfach ein schiesselle ab was so was war das denn das sind 20.000 teammates über keiner hilft der lebt noch hat zurück das nervt mich jetzt weiß ich muss das ganz einfach sei schnell da hinten wo das knapp war mein thompson bietet euch schnell raus oh man das war dumm das war dumm ja das das hätte ich jetzt irgendwie mit zweimal überlegen sollen er aber ganz ehrlich das doch für ein arsch hier es ist sich doch es ist denn von mir er braucht mich da weiß was du kannst ja nein natürlich nicht ach scheiß drück fest einfach hier so du stehst dich mal auf mein freund du stehst dich noch außer dass ich mich verräte das war mal so hallo wie konnte ich ihnen zu hilfe sein behilflich sein ja schließen wie oft ja ich kann natürlich auch auf der türen nehmen das ist auch nicht alle idee nicht noch mehr ich bin als einfach durch Schnauze, du Sau. Jetzt hat's gar keinen Bock drauf, gar keinen Bock drauf. Sag mal, bist du noch ganz bei Trost? Schnauze, Bansai! Bansai! Ja, jetzt kann ich da nicht drüber! Zieh dich mal! Haha, ich renne da einfach auf 20.000 Männer zu. Oh mein Gott, lass es jetzt! Bansai und? Bansai! 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 Mhmm... Ach, da drin. Ok, ähm... Wart. Alles klar. We group the swat. Ok. Thompson. Ich hab's gesagt, Alter. Alles klar. Ja, ja, ich hab gesagt. Was macht hier da drin? Thompson ist geil. Warum haben die Japaner nicht so geile Waffen? Ja, ja, fiel mir auch nicht immer was. Na gut, ich muss das mal wieder sagen. Tunnel. Banzai! 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 Hast kein Banzai? Nein, das können wir doch nicht antun. Ja, toll, ey. Wie? Also das, was ja wirklich slidet. Hallo. Banzai! 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 Nicht! So, bitte. Also bitte. Weg mit dir, du Sau. Alles klar, weiter gehts. Rauf, du. Ah, wo ist es? Was? Ja, klar. Total, total. Ich glaube, davon immer unfassichtlich ist was. Ich stech den da, das Ding rein und explodiere. Ich glaube, das ist irgendwie... Oh Mann, ey. The closing end. Ich weiß auch nicht, was du willst. Ich hab das nicht mal lieber. Was denn? Wir haben 20.000 Japaner getötet und jetzt ist dramatisch Musik, weil wir ein einziges, ein einzigen Mann verloren haben. Oh oh. Das war so klar, dass ihr euch doch denken könnt. Ne. Das ist ganz einfach so. Ja, mal überraschung. Ah, oh. Oh. Was bin ich in Ruhe? Was ist denn nur hier? Hallo. Na ja, wenigstens mit dem Banzai-Attacken machen sie einem das töten leichter. Das ist ziemlich echt cool. Nett. Wow, das sind schon ganz schön viele, ey. Ja. Na ja, das ist auch gut. So. Alles klar. Jo, war schön mit euch Japaner. Alles klar. Wow, das sind so viele, Mann. Dann würde ich ja jetzt mich einfach hinkriegen. Hallo. Ja. Sag mal, warum triften das nicht? Wow, guck dir mal nicht so Mast hier an. Ah, nein, Arsch. Oh, nee, nicht wieder alles von vorne, Mann. Das sind viel zu viele. Oh, mein Gott. Okay, warte, ich mach das jetzt einfach. Weg mit dir, du. Ist das viel. Nein, und dann kluckt mich so der Kiste. Oh, Gott, ist das ein Arsch. Zu viele Gegner, Mann. Das ist ein Ding, was das Call of Duty richtig nervt. Ich meine, du kannst nicht einfach 20 Millionen Gegner, der eine nach dem anderen. Ey, da habe ich gerade... Ja, dem Typ habe ich gerade meine... Ach, egal. Ich soll dazu gar nichts mehr. Nein, wie wird es hier? Hör jetzt auf! Du hast aber auch Leiden, oder? Nein, 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 nein. Oh, ich schnappe mich lieber schon mal. Ah, komm. Mei, 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 mei hier. Das ist ja gut. Oh. Okay. Das ist cool Nein, 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 nein Oh nein, nein, nein Aber doch nicht jetzt, man, Leute Chill Bitte Oh Gott, oh Gott, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl Ich sehe jetzt von mir, Mann, es geht Boah, er will mich da rapen, bist du mich rapen, oder was? Naja, chill, lieber mal in der Ecke Oh, 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 oh Interessant oder ohne 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 Boah, ist euch mal eingekillt Nein, ich hasse Granaten, Mann Scheißdreck man eine scheiß mission man wie oft muss ich diese kacke dennoch machen ach sei bloß ruhig mal das ist so ein kotzen sei jetzt steht mein gott lass mich doch in ruhe echt vor was denn das für ein master es ist doch völlig unrealistisch dummes spiel du musst doch nicht echt als einzelner krieger gegen 20 verdammte milliarden von gegner kämpfen das dauert einfach zu lang das ist viel zu lang die einfach dieselbe scheiße ich habe keinen bock den scheiß von vorne zu gehen du arsch das 6 erst toll das macht doch einfach mal auf fickte ich stehe ein ablenkung nachladen nein ich habe keinen bock die scheiße jetzt hier von vorne zu machen hörst du jetzt auf das ist doch an das ist doch scheiße unrealistisch hört es auf schick noch mal ein stelle soll der vorgeweg durch scheiß kanate die recht wir müssen sich aufgefallen weg mit dir jetzt hier keine lust ganz ehrlich das ist hier viel zu viele gegner total unrealistisch gegner was nicht unrealistisch aber dass so viele gegner ist es aber für verarscht man das ist viel zu viel viel zu viel auch ein eigener bis die genate komis bündeten eigentlich aber das kann schon sein dass du endlich sind oder was zum geld muss ich ja nicht machen man kann man nicht angehen nein bitte nicht durch die kiste geschaut oh mein gott was soll ich denn machen weg mit dir was hat die mit euren granaten was zur hölle ich muss jetzt nicht wieder von vorne anfangen ach verpisst euch ihr seid so hey ne verpisst dich scheißidioten was soll denn die kacke echt so eine wix mission was soll das denn so eine scheiße ich verpisst euch doch alle von mir ich gebock mich verpisst mich lass mich man scheiße echt so leckt mich das kann doch nicht sein was soll denn diese scheiße ach komm fängt sich der empfiegt ich nicht jetzt habe ich den bock mehr so eine dumme scheiß das ist auch das dreckshaus weg mit euch jetzt ja so warum sich gleich gott was zu bescheißen da hinten stehen und entspannen mich hier ja gar nicht so schwer scheiß mission was man soll ich will es hier stehen bleiben und mich einfach nur von den amarschen lassen die hat kommen okay was willst du denn eigentlich von mir hart kommen okay du 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 hallo oder stets und die objective completed bitte bitte macht das jetzt gespeichert wird hier kein bock mehr ja ja so was ist jetzt aber letzte episode ja da jetzt will ich darum teleportiert eine mysteriöse stimme hey bro danke ja oh mein gott